in diesem video möchte ich euch das turkina 11 bis 16 mm f2,8 dx2 vorstellen in diesem test video sind verschiedene video und bildaufzeichnungen zu sehen aber die korrekte einstellungen habe ich leider nicht mehr im kopf und bildaufzeichnungen zu sehen und bildaufzeichnungen zu sehen das turkina objektiv ist natürlich besonders prädestiniert für panoramaaufnahmen und sternfotografie die 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 die